Also wir nennen ihn hier einfach nur Wurm, aber das ist ein mutierter Masturbator. Hier kommt die Muschi hin und hier ist dann der Kopf mit der Zunge, der dann sozusagen da rankommen kann. Oder versucht zumindestens, sie zu erreichen. Na ja, der hat sich verselbstständigt und hat nicht mehr den ganz so den Sinn, wie er den vorher hatte. Er befriedigt sich selbst. Ah, schön.